hallo youtube hallo youtube hallo youtube an der stelle traumtyp einmal bitte heini bescheid sagen dass er ein best of von dem von dem gameplay hier bitte einmal erstellen soll dankeschön seid ihr bereit eine bank auszurauben habt ihr bock dann sind wir reich dann kann ich mehr verlosungen machen der 3 kommt raus das ist jetzt das ist jetzt noch nicht die official sondern die beta und das heißt wir dürfen die bete heute spielen okay ich habe aber keine ahnung wie man leute einlädt wie man wie macht man das geil wir haben party shadow ok ja ihr habt hier wieder mal krasse namen irgendwie reingehauen ja shadow burger knack und ich bin und ich bin so ich bin katja und ich bin auch dabei okay wir gehen jetzt in eine bank zwölf sekunden später kriege ich deine nummer in der bank gibt es immer so eine vollbusige dame ich muss die nur bloß finden die frau die bei mir steht ja ich habe schon nach ihrer nummer gefragt aber sie wollte sie mir nicht geben ist eh hässlich hallo officer business frau zwei business frauen ich habe die toilette gesucht ich habe halt eine durchfallquote was soll ich machen müssen wir einfach was was ist denn jetzt unsere mission dann wir werden den tresor ausräumen wir müssen jetzt gerade erst mal schauen dass wir hier unauffällig reinkommen äh ok fertig entdeckt oh gott 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 wir dürfen schießen ja wir sind jetzt offiziell entdeckt worden aber nicht die geisel ach so scheiße ich habe fein sei so nie gebracht du kannst es hier mit f tschuldigung in drei sekunden ist die polizei da ok erstmal abwärmen ja ich hab so die wird viel geschossen auch entschuldigung oh leih au nicht so ich dachte scharfschützen achtung von wo von wo ah klar wir müssen hier die tür zumachen ja ich hab schon ja besser ist sag mal wo geht es denn wieso kann ich hier nicht weg ah hier gibst du mir schutz jup ui feuer aber wo seid denn ihr eingeklemmt in der tür ja du kriegst mich nicht in die eier 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 ich geh aufs dach her fuck it ich hab mir die scharfschützen ja wie gesagt so im dach habe ich eben das paket schon geholt ja ich wollte kurz den scharfschützen holen wow ich bin alleine mit drei aber ich krieg sie ich krieg sie ich krieg sie alle ich krieg sie alle hatt ne ich krieg ich krieg sie ich ich krieg ich ich krieg sie ich krieg sie ich krieg siej ich krieg oh no oh nein aa Ich krieg euch alle, ich krieg euch alle, ich krieg euch alle, ich krieg euch alle, 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 alle. Äh, Puka, wo hast du das Zeug her für diese Bombe? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Kann man da irgendwie noch mehr reinschmeißen? Das lag auf Saftes von Jabba. Ja, weil man kann da irgendwie noch mehr reinschmeißen, aber ich weiß nicht, wo man kann man da nicht mehr reinschmeißen. Ah, das ist das Term, damit können wir das beschleunigen. Ja. Auf den Sinn. Ja. Ja. Ja, der Helm ist weggesprungen, entschuldige. Bringt der Nuggets an. Oh shit. In die Eier. Bringt der Nuggets aus. Komm. 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 Oh. Oh. Das ist schon gut, Schatz. Ab ihn. Nice. Er hat mir komplett so gut sich verschoben. Ab ihn. Ja, ich versuch's. Aber ich muss nachladen. Entschuldigung. So. Ja. 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 Kannst du kriechen oder so? Nee. Ich kann grad irgendwo gucken. Wo bist du? Oh ne. Meine Nähe zu kommen ist grad schlecht, weil ähm. Jo, ich bin so. Jo. Ich bin direkt und schockt. Ich seh's grad. Holy shit. Hier, die Treppe runter. Okay. An der Treppe ist doch perfekt. Kann man sich halt hier hin platzieren. Lock sie mal hier hin. Guck mal, du hast doch ein Medi-Pack mit. Oh, Entschuldigung, das bin ich. Ja. Hab ich. Ups. Entschuldigung, das wär ich. Kannst du ja mal... Oh, aber ich hab jemanden umgebracht. Cool. Was? Ja, hier. Liegt's. Ja, das ist meine. Also ich bin nicht so gut in Granaten werfen, ist mir aufgefallen. Ich glaub wir haben erstmal alle Cops weg, also wir könnten jetzt in den Tresor rein. Nice. Wo ist denn der Tresor? Hier, in das Loch rein. Oh, in das... Mhm. Ja. Ich mag's in Löcher reinzukommen. Äh, entschärft ihr, dann halt ich Wache. Ja. Äh, ja, ich fliege. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich bin tot. Ja. Ich lieg gleich am Boden. Ich lieg am Boden. Also ich hab Geld. Was jetzt? Ja. Ich hab einen da schon mal seitlich irgendwo hingeschmissen gehabt. Hier raus. Was? Pass auf die Scharfschütze. Oh nein. Es brennt. Oh nein. Nein. Egal. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Ja, ich bin am Boden. Ah. Ah. Oh nein. Ich bin auch am Boden. Achso. Oh, das bist ja doofy. Oh, hallo. Hi. Ich wollte nicht. Ich hab schon noch geschossen. Oh, scheiße. Digga. Instant kill. Ich hab' den größten Leben. Mir ist grad einer genauer, als ich einen äh... Lieben, netten Menschen erschießen wollte. Ist ja genau vor die Infilienz. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah, mein Gott. Ah, mein Gott. Ah, mein Gott. Ah, mein Gott. Das ist so fähig. Du dumm, du dumm, du dumm. Du dumm, du dumm. Du dumm, du dumm. Du dumm, du dumm. Das passiert, wenn wir jetzt hier im Tretkreis starten. Erst dass diese Kamera muss auch passen. Ah, alles. Brigitte, leg doch mal jetzt dein Handy auf der Arbeit weg. Brigitte, das ist auch Arbeitszeit, ne? Du kannst dich nicht einfach hinter dem Pfosten hier verstecken und denken, dein Chef würde das nicht mitbekommen. Was schreibst du denn da? Zeig mal. Und jetzt kommt was richtig krasses und da war ich super krass. Hä? Ne, er betrügt dich. Er ist safe nicht bei sich zu Hause. Er ist safe bei deiner Schwester. Okay. So. Erstmal Drama starten. So, mein Brigitte. Oh. Was tue ich hier? Äh, Entschuldigung. Ich will das gar nicht. Hilfe. Oh. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Das war aus Versehen. Ich wollte das gar nicht. Hupsi. Hoppala. Achter. Der Security ist äh äh. Oh nein. Weil das ist kein guter Eingang. Der hat das zweimal nicht geklappt. Ne. Entschuldigung. Aua, 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 aua. Entschuldigung. Nee, aber schützen. Entschuldigung. Oh, sorry. Okay. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Weiß doch nicht aus. Zama. Zama. Ah. Sagen bitte jetzt hier. Was liegt hier so faul rum? Hier, komm. Kannst Feuer anmachen. Kannst Lagerfeuer machen. Was? Nein, was? Gib mir doch keine Verantwortung. Leg das weg. Einfach hier dran stellen und F drücken. Ach so. Gib mir doch keine Verantwortung, Bro. Oh nein, es brennt. Ja, so ein paar Schuss lassen wir immer fahren. Oh shit. Hä? Ich hab die doch getroffen, Bro. Ich hab dich doch getroffen, Mann. Digga. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist denn? Ich hab den. Ich hab den. Ich hab ihn mal. Der. Ja. Ich hab ihn mal. Ich hab ihn mal. Du musst ihn mal rausmachen. dann morgen ich habe einen schildträger da müsste mal jemand von hinten kommen ja ich komme von hinten von hintern wo ich glaube er ist gelassen ja schon du hast ihn ohnmächtig gebankt finde ich gut die kommen doch selten allein die platz Sitz, 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 Platz. So, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Wir können rein. Oh nein. Es brennt. Ich würde warten hier mit dem Öffnen der Tür. Okay. Also ich meine mit der Außentür, damit die nicht reinkommen. In den Hintern. Anal-Fistel-Untersuchung. Oh, da ist der Dicke. Oh Gott, der Großer. Ich habe eine Granate. Übrigens, die brauche ich jetzt auf. Irgendjemand hat die aufgemacht. Ich habe da einfach Granaten drauf. Das ist die Ecke. Ich habe meine Granate reingeschmissen bei denen. Same. Okay, meine Rüstung ist komplett weg. Jetzt müssen wir auch Gas geben. Ich würde jetzt hier aufmachen und die Dinger entschärfen. Kommt jemand mit rein? Jo. Jo. Katja, geh du mal mit rein. Einfach F drücken auf alles. Okay. Okay. Ja. Das ist die Vergebung im Bauch. Genau. Viro, sicherst du das Loch oder ich sicher die Tür? Und die Dinger entschärfen. Ja. Ich habe eine. Ich habe keine Moni. Das ist äh... Wo ist es noch alles? Du kannst im Hof. Genau. Was kann ich? Wo ist es? Auf 2 Switchen und auf die Pistole. Sonst liegt hier auch noch was. Was was? Wo ist es noch? Ja, aber ich hab halt glaube ich keine für meine Große, kann ich die nicht irgendwie... Die ist auch zum Beispiel für die Große dran, wenn du die Kleinen hier einsammelst, die grünen Dinger. Wir brauchen noch weiter Medipack oder ich kann nicht mehr zahlen. Ich hab vor dem... Okay, wo müssen wir hin? Hier hin. Am besten bis vorhin die 30 Sekunden vorbei sind. Wir können... Hier vorne ist nochmal eine Munitionskiste an der Mülltonne. Ja, okay. Schnell, 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 schnell. Ähm, jo, wir sollten definitiv gerade... Ich hab mir eine genommen. Äh, Sniper. In Bewegung bleiben, zick, zack, zick, zack. Sniper hab ich. Ich geh einfach weiter. Ich leg meine Tasche hier hin, ich geh die nächste hol, schonmal. Äh, womit bleibst du ab? Achtung, da ist ein Ninja. Oh. Eins... Ach, ne. Wohin? 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 AAAAA traditional Kirche Ich weiß gar nicht wohin. Ja,устir der Linienen von uns. Liegt hier. Kamerus. Überall. Ja, ich bin zurück. in die eier habt ihr das gesehen in die eier wurde wurde der jetzt gerade schön von mir wir müssen erstmals die angriffswelle abhalten bevor wir taschen holen gehen weil das ist sonst zu zweit zu schwer ich 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 schieße jetzt gerade hier einmal die leute in die eier weil finde ich lustig okay hier ist ein großer und ich bin jetzt ich bin jetzt droht oh scheiße was Ja, komm, wir müssen...